Die Wiesenkapelle, die extra heute hergefahren sind, auch aus dem Regen gekommen sind. Und ja, das ist so immer für uns, so ein bisschen die Einstimmung schon für die Wiesen. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Herzlichen Dank. So, und bevor wir jetzt gleich anzapfen gehen, möchte ich euch alle noch darauf hinweisen, wir haben einen Probierstand von unserer Brauerei Hofbräu München. Da könnt ihr mal probieren, nicht nur das Helle, das vielleicht der eine oder andere aus dem Biergarten kennt. Die haben noch ganz, ganz viel mehr tolle Sorten. Deswegen geht es rege hin, da sind ganz tolle Menschen, die euch alles erklären. Und die freuen sich, wenn ihr dort kommt zum Probieren. Vielen Dank, dass ihr da seid. Bravo! Ja, und jetzt haben wir zwei Monate fast durchgehend Sonne gehabt. Die letzten Tage war es jetzt nicht so toll, aber ich möchte mich von ganzem Herzen bei unserer kompletten Mannschaft hinter und vor den Kulissen bedanken, dass ihr diesen Sommer so toll überstanden habt. Es war wirklich eine harte Zeit. Jetzt haben wir eine kurze Pause gehabt, aber es geht hoffentlich den ganzen August so weiter. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an jeden Einzelnen, der hier im Hofbräukeller arbeitet. So, heute Nachmittag ab 17.17 Uhr kommt dann noch Tropical Rain zu uns. Wir freuen uns, dass die heute Abend aufspuren. Ich hoffe, dass das Wetter wirklich bis zum Schluss hält, aber es schaut sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, ihr bleibt alle da, den ganzen Nachmittag. Wir haben auch noch da hinten einen ganz tollen Eisstand. Der macht so Eisrollen, die sind ganz, ganz toll. Muss man unbedingt probieren. Habe ich auch noch nie gekannt. Ist sensationell. Und das ganze Team von unserer Sommerbar verkauft da hinten auch Cocktails, die fürs Münchner Herz einen Beitrag leisten für unsere Stiftung. Genauso wie jetzt das Bier, was wir jetzt dann ausschenken. Und ja, ich hoffe, dass ganz viel zusammenkommt. Ich hoffe, dass ihr ganz viel Bier kauft, ganz viel Cocktails kauft. Und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Nachmittag.